Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde jetzt hier ein Safeset setzen. So, scheiß drauf. Und ich packe es natürlich auf Anhieb. Yay. Interlaten sind ein großes Medipack. Wobei, ich glaube im Moment wäre mir kleiner ein bisschen lieber. Davon habe ich nämlich nur so wenig. Äh. Ja, weil ich habe über dreifache an großen Medipacks anstelle von klein. Äh. Oh Gott. Oh Gott. So. So. Jetzt nur runter. So. Hohohohohohohohoho. Das hätte gut ins Auge gehen können. Ach verdammt. Jetzt komme ich nicht an den Speicherkristall. So. 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 Wie schon erwähnt. So. 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 Ich glaube, das sind vier, drei, vier Gegner. Wie viele Waffen habe ich dann? Ja, das sind drei Gegner. Ist nichts Persönliches. Das gibt es nicht. Ich mache einfach von hier aus weiter. Scheiß drauf. Hier habe ich gerade das Secret und alles. Nee, aber das finde ich ist total nervig an diesem Level. Deswegen mag ich keine Lava. Diese Instant-Death-Scheiße kann man sich erst schenken. Okay. 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 Ja, aber schreiben kann nämlich von hier aus immer loslaufen. Brauche ich nicht mein Self-Stat mehr dazu. Ja, ich weiß, Self-Stat... Wollte ich eigentlich nicht verwenden. Aber wenn ich so lange Wege laufen muss, dann... Nein. Nein. Zumal es ist nichts RNG-Sos. Ist nichts Persönliches. Äh, ja. Ich bin, glaube ich, gerade ab. Oh, Alter. Entspannte Aus-Stat mehr. Und ich muss mich deshalb davon bringen. Das ist halt richtig. Und ich oder? Ich bin, glaube ich, das ist wirklich so. Und ich kann mich aufaks-to-wacht-wacht. Und ich kann mich vorfinden. Ich kann mich auf 80-wacht-wacht-wacht-wacht-wacht-wacht-wacht-wacht-wacht-wacht-wacht. Ja, baller mich doch noch weiter auf mir drauf. Der hätte aber auch schon mal lange abkratzen können. Ganz ehrlich. Ich meine, ich habe jetzt auf den draufgeballert bis zum Gehtnichtmehr. Und das bescheuertste ist, da sind ja auch nur zwei, drei Löcher mit bei. Wo dann einfach unten drunter ganz viel Lava ist. Ich hasse, Lobos. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ist nichts Persönliches. Was hat er noch? Na ja, also. So, und somit sind schon mal die Pistolen ziemlich absolut geworden, weil wegen Magnums. Da sollte ich immer noch recht gut Munition für haben. 1500, ja. Da habe ich genug von. Da kann ich dann selbst das komplette Level doch mit durchspielen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Wo muss ich denn lang? Ich meine theoretisch gesehen kann man da hinspringen, so ist es nicht. Das meine ich nämlich, dafür gibt es nämlich 2-3 Löcher. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. ... Sprecherkasse 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 Bitte hast du mir gedacht, ich bin ein Segel. Nichts, ich würde es kurz sagen, ich bin ein Segel. Ne, ich habe mich nicht gedacht, dass ich was mir gesagt habe. So war das eigentlich nicht geplant. Kann jetzt noch ein Trial and Error werden oder so. Quasi sich runterfallen lassen und dann einmal kurz X drücken. Ich meine, so kommt man auch an das Secret im Grab von Qualopack. Eigentlich sollte das sehr, sehr, sehr heiß sein. Wenn nicht sogar so heiß, dass Lera sich dort regelrecht verbrennt. So. 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 ... dass ich nicht skippen sollte und... Oh, das war ein bisschen sehr weit. Ja, hier ist nun Secret Nummer 2.